Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Ne, nicht ganz, ich bin Xialin. Xarok ist gerade arbeiten und irgendwie hat er mit seinem Video nicht angefangen. Ich habe heute schon ein bisschen die Küche aufgeräumt. Alles wieder schön sauber. Xarok hat schon die Spülmaschine gemacht, gut sieht man viel. Und während er jetzt noch arbeiten ist, kommt gleich meine Mutter vorbei. Und dann gehen wir zusammen Gassi mit den Hunkies. Wir gehen gleich Gassi. Die kommt jetzt auch gleich. Und wenn wir zurück sind, ist Xarok hoffentlich auch wieder da und kann euch auch noch was berichten. Und sie, da freuen sich natürlich die Hunde. Ja, ja, da geht es ab. Da freuen sie sich. Ja, wer kommt da? Wer kommt da? Das ist die Mama. Ja, ja. Ja, hey, liebe Leute. Ich bin wieder zu Hause. Gut, schon ein bisschen länger. Ich habe sogar schon was gegessen. Ich war kurz im Arto. Und jetzt ist es mir irgendwie voll komisch. Ich weiß auch nicht. Ich habe voll stark Kopfschmerzen. Und meine Nebenhüllen sind irgendwie zu. Und ich fühle mich voll schwach. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde gerade krank. Aber mal schauen. Deswegen werde ich heute nicht mehr so viel machen. Ich werde jetzt das Video bearbeiten und euch veröffentlichen. Also für euch veröffentlichen und dann werde ich süßi sagen. Also liebe Leute, bis morgen. Hoffentlich geht es mir dann wieder besser. Und ja, genießt das Wochenende noch. Tschüss.